ARD Text im Auftrag von Funk Mir geht es sehr gut. Ich habe ein bisschen krampft wegen Fliegen und so. Aber ja, ich bin jetzt gut, ich bin glücklich. Dieser Sieg war richtig wichtig für uns. Und auch mein erster Tag kam endlich nach zweieinhalb Jahren. Aber ja, am Ende haben wir diese drei Punkte geholt und ich bin sehr glücklich. Ich war natürlich sehr, sehr glücklich. Es war ein tolles Spiel. Ja, wir sind einfach happy. Also, unser Plan war klar. Wir wissen, dass die Pressen hoch sind. Die sind aggressiv. Aber wir wissen auch, dass es viele Räume gibt. Also, wir haben unseren Plan gemacht und am Ende steht 2-0. Wir konnten mehr Tore schießen. Ich habe nie hier gegen Leipzig gewonnen. Aber ich bin jetzt das erste Mal. Ich hoffe, wir gewinnen immer gegen den. Es ist immer schwierig gegen solche Mannschaften zu spielen. Leipzig ist eine top, top Mannschaft. Aber ich glaube, wir waren da in der ersten Minute. Und alle haben viel, viel investiert und alles gegeben. Und ja, wir haben einfach ein top Spiel gemacht. Und wir sind sehr glücklich über das. Also, wir haben gesehen, dass jedes Spiel anders ist. Wir haben schon gegen eine gute Mannschaft gespielt. Und dann wegen der Mannschaft, dass wir schlagen müssen. Also, den Punkt verloren. Wir müssen klar im Kopf bleiben. Also, nächsten Samstag geht wieder los. Und es ist ein anderes Spiel, ein anderes Geschick. Und wir müssen drei Punkte holen. Es ist immer gut, solche Spiele zu gewinnen. Und wir kommen einfach normal mit mehr Selbstvertrauen. Und wir müssen einfach versuchen, das nächste Spiel zu gewinnen. Und ja, hoffentlich machen wir das auch. Woid der Raketen IR chrome. Und im Kopf vorbei. noch bei dir. Aber er geht wisdom Você hat ein anderes. Wenn dich um irgendwelchen Geld oder ich此 nero Elder geschieht, Es geht um denessenen hier zuerlen. Auch uns höher.